Heute stellen wir Ihnen das neue Positionsbeviel der Sektion Ethik der DIWI und der Sektion Ethik der DGIN vor von Michalsen und Mitarbeitern über Versorgung in der Intensivmedizin erkennen, benennen, vermeiden. Das Positionspapier gliedert sich in folgende Kapitel. Kapiteleinleitung, Ursachen für Überversorgung, Erkennen und Bewerten einer möglichen Überversorgung, Allgemeine Forderungen zur Vermeidung einer Überversorgung und die Zusammenfassung. Hier die Kapitel Allgemeine Forderungen zur Vermeidung einer Überversorgung und die Zusammenfassung. Allgemeine Forderungen zur Vermeidung einer Überversorgung Aufgrund der komplexen Natur von Überversorgung in der Intensivmedizin und ihrer vielgestaltigen Einflussfaktoren und Ursachen lässt sie sich nur durch eine multidimensionale Herangehensweise reduzieren und vermeiden. Das erfordert also gleichzeitig Maßnahmenbündel auf den verschiedenen Ebenen des Gesundheitssystems, also auf Mikromäse- und Makroebene. Die Einzelintensivmedizinerin mag zwar auf der normativen Ebene selbst nicht viel verändern können, ihr Einfluss auf die Leitungsebene mag eingeschränkt sein, aber ihre professionsethische Verpflichtung auf der Ebene des Behandlungsteams gegenüber Versorgung vorzugehen und sie gegenüber den Verantwortlichen auf der Leitungsebene zu beanstanden, bleibt ausdrücklich bestehen. Forderungen und Empfehlungen auf der Ebene der Behandlungsteams, Mikroebene Therapieziele und Maßnahmen regelmäßig re-evaluieren Ärztinnen sind in der Verantwortung, wissenschaftlich begründete und individuell abgestimmte Indikationsstellungen zu treffen, die sowohl angemessen als auch ressourcenbewusst sind. Dazu bedarf es der gemeinsamen Bewertung eines medizinisch sinnvollen Behandlungsumfangs im Team und dann der Entscheidungsfindung von Patientinnen und Ärztinnen und einer kontinuierlichen und vertrauensvollen Betreuung von Patientinnen und Angehörigen. Die Frage nach der Indikation, den den Therapiezielen in Übereinstimmung mit dem Patienten will, muss nicht nur initial, sondern auch im weiteren Verlauf regelmäßig, zum Beispiel im Rahmen der Visite oder der strukturierten Patienten und anderen Kommunikation reflektiert werden, um Überversorgung in der laufenden Therapie zu erkennen. Die getroffenen Therapieentscheidungen müssen dann für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar kommuniziert und dokumentiert werden. Vorhandene Unterstützungsangebote für das Behandlungsteam Patienten und Angehörige nutzen Verschiedene Formen klinischer Ethikberatung, Integration weiterer Spezialisten aus den Bereichen Palliativmedizin, klinische Psychologie, Psychosomatik, Seelsorge, Sozialdienst sind zunehmend verbreitet und sollen die Betroffenen dabei unterstützen, eine sorgfältig abgewogene und gut begründbare Entscheidung zu treffen und dabei entstehende Konflikte zu lösen. Insbesondere das Modell der proaktiven Visitenbegleitung durch klinische Ethiker oder Palliativmediziner unter Wahrung von Schweigepflicht und Datenschutz kann hilfreich sein, um potenzielle Überversorgung zu erkennen und gemeinsam ein neues Therapiekonzept zu erarbeiten. Patientenautonomie in der Arzt-Patienten-Beziehung fördern Intensivmedizinerinnen können durch die angemessenen Ausgestaltung der Kommunikation mit den Patienten bzw. ihren gesetzlichen Stellvertretern und den Angehörigen deren Selbstbestimmung und Entscheidungsfähigkeit fördern, insbesondere auch im Rahmen der strukturierten Kommunikation. Dadurch können sie vielfältigen Ängsten und Unsicherheiten als bedeutsamen Einflussfaktoren für das Entstehen von Übertherapie entgegenwirken. Für juristische Stellvertreter, Bevollmächtige und Betreuer mag es mitunter schwierig, sein Eigeninteressen im Hinblick auf den Patientenwillen zu erkennen und zurückzustellen. Gerade Familienangehörige befinden sich bei der Entscheidungsfindung nicht selten in einer akuten Belastungssituation, bei der sie Unterstützung durch das Behandlungsteam erhalten sollten. Sonst resultiert allzu oft eine unreflektierte Fortführung der nicht mehr indizierten lebenserhaltenden intensivmedizinischen Maßnahmen. Forderungen und Empfehlungen auf Leitungsebene, Meso-Ebene Patientenzentrierte Unternehmenskultur im Krankenhausleben Managemententscheidungen im Krankenhaus müssen sich vorrangig an qualitativ hochwertiger Patientenversorgung im Sinne des Versorgungsauftrags Ressourcenbewusste Daseinsfürsorge orientieren, statt an betriebswirtschaftlichen Zielgrößen, z.B. Erlössteigerungen. Dazu ist eine gemeinsame und unabhängige Krankenhausführung Ärztedirektion, Pflegedirektion, kaufmännische Leitung erforderlich. Gemeinsam sollten Strategien entwickelt werden, die innerhalb der Organisationskultur dazu beitragen können, Überversorgung aufzudecken, z.B. durch Implementierung von Checklisten, und zu vermeiden. Patientenzentrierte Unternehmenskultur Insbesondere müssen die Personalausstattung und die Arbeitsbedingungen den Behandlungsteams eine evidenzbasierte patientenzentrierte Versorgung ermöglichen. Kennziffern der Unternehmenskultur werden bereits durch regelmäßige Befragungen von Mitarbeiterinnen und Patientinnen, Angehörigen erhoben. Diese Instrumente sollten zukünftig auch durch Fragen zur Wahrnehmung einer Übertherapie ergänzt werden. Strukturen zur Stärkung der interdisziplinären und interprofessionellen Kommunikation und Kooperation schaffen Aus organisationsethischer Perspektive ist der Krankenhausträger in der Verantwortung strukturelle Voraussetzungen zu schaffen, die die interdisziplinäre und interprofessionelle Kommunikation und Kooperation stärken. Dies umfasst unter anderem die Bereithaltung von Unterstützungsstrukturen wie klinische Ethikkomitees und Palliativteams. Eine Ressourcenumverteilung zugunsten einer angemessenen personellen Ausstattung sowie einer nachhaltigen Qualifikation und Wertschätzung des Personals kann dem bestehenden problematischen Personalmangel entgegensteuern und über Therapie begrenzen helfen. Ebenso können durch die Einführung von strukturierten beispielsweise Checklisten basierten Prozessen für Aufnahmen, Übergaben und Verlegungen sowie für interdisziplinäre und transsektorale Absprachen das Risiko von Komplikationen und die Gefahr von inadäquaten Maßnahmen minimiert werden. Interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit in Aus-, Fort- und Weiterbildung stärken. Eine adäquate berufs- und fachübergreifende Zusammenarbeit gilt als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Die Forderung zahlreicher Expertengremien unter anderem des Wissenschaftsrats und der Gesellschaft für medizinische Ausbildung besteht deshalb in einer frühzeitig und stetig wiederkehrenden interprofessionellen Aus-, Fort- und Weiterbildung, die sich als probates Mittel für die Verbesserung der Ergebnisqualität erwiesen hat. Multiprofessionelle Fort- und Weiterbildungen kommen in der Intensivmedizin im Rahmen der Einübung von Notversilmarien bereits vielfach zum Einsatz. Jenseits dieses gemeinsamen Simulationstrainings sind inter- und multiprofessionelle Formate jedoch nach wie vor kein fester und obligatorischer Bestandteil der Fachweiterbildung bzw. Facharztausbildung in der Intensivmedizin. Die curriculare Verankerung von Themen der Über-, Unter- und Fehlversorgung ist daher weiter voranzutreiben und die Umsetzung konsequent einzufordern. Forderungen und Empfehlungen auf gesellschaftlicher, gesundheitspolitischer und gesetzgebender Ebene, Makroebene. Fehlanreize im Krankenhausfinanzierungssystem minimieren. Der Wettbewerb der Krankenhäuser trägt Merkmale ruinöser Konkurrenz, führt zu Defiziten in der Behandlungsqualität und zu Effizienzverlusten. Das Ziel des Wettbewerbs war ursprünglich die Unterbindung von Ressourcenverschwendung und die Schließung von Klinikbetten. Die Folge des Wettbewerbs ist aber eine betriebswirtschaftlich begründete Ausweitung von Leistungen und in Kaufnahme einer illegitimen und ökonomisch sinnwidrigen Überversorgung. Grundlegende Veränderungen der Krankenhausstrukturen und der Finanzierung sind bislang ausgeblieben, was als fehlender politischer Handlungswillen bewertet werden muss. Einer Debatte um eine zentrale Krankenhausbedarfsplanung und eine Priorisierung in der Gesundheitsversorgung, die in anderen Ländern Europas offengeführt wird, hat sich die deutsche Gesundheitspolitik bislang konsequent entzogen. Die Anwendung des fallpauschal basierten Vergütungssystems bedarf nicht nur aus Sicht der Intensivmedizin und Pflege dringend einer Reformierung. Anreize zur Fallzahlsteigerung und Leistungsausweitung aus ökonomischen Gründen sollten nicht weiterhin gesetzt werden. Konservative und intervenzionelle operative Medizin sollten gleich bewertet werden. Ziel muss es sein, den ökonomischen Druck aus der Beatmungstherapie und anderen invasiven intensivmedizinischen Prozeduren zu nehmen, um bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Therapiemaßnahme die Abwägung des Patientenwillens mit der Indikation in den Mittelpunkt stellen zu können. Fehlanreize für Übertherapie könnten so gezielt minimiert werden. Die Bedeutung und Wertschätzung einer kritischen ethischen Reflexion im Behandlungsteam sollte sich auch darin ausdrücken, dass sich definierte Formen von Ethikberatung im Vergütungssystem abbilden. Gesellschaftlichen Diskurs zur Überversorgung anstoßen. Die Vermeidung einer Überversorgung erfordert auch ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft, die weithin von einer ausgeprägten Vorstellung der Omnipotenz der Intensivmedizin gekennzeichnet ist und daraus umfassende Versorgungsansprüche ableitet. Es gilt deshalb auch in der allgemeinen Bevölkerung einen umfassenden Diskurs über die Möglichkeiten und Grenzen von Intensivmedizin anzuregen und qualifiziert zu begleiten. Dazu ist auch ein Diskurs über unrealistische Gesundheitsideale und unreflektierte Optimierungsvorstellungen erforderlich. Anreize sollten eher der Gesunderhaltung und dem gelingenden Umgang mit Altern, Krankheit und Beeinträchtigungen dienen als einer nachträglichen Reparatur von Organen und Körperfunktionen. Umfassende Versorgeplanung Einführung ausweiten und evaluieren. Vorausverfügte Willensäußerungen, schriftlich oder mündlich, und die Benennung von Vorsorgebevollmächtigten können jedem einzelnen potenziellen Patienten helfen, ungewünschte intensivmedizinische Maßnahmen zu verhindern. Schwierigkeiten mit konventionellen Patientenverfügungen und deren Anwendung auf der Intensivstation sind durch zahlreiche empirische Untersuchungen aufgedeckt worden. Das Konzept des Advanced Care Planning ACP, das die vorhandenen Schwachstellen adressiert, ist jedoch bislang nicht flächendeckend und auf allen relevanten Ebenen realisiert. Auch die Voraussetzungen für die Kostenübernahme für ACP sind gesetzlich nur für ausgewählte Bereiche geklärt. Vergleiche § 132 G SGB V. Vor allem für Intensivmedizinerin könnte aus einer breiteren sektorenübergreifenden Einführung mehr Handlungssicherheit im Einzelfall resultieren, die dazu beitragen kann, Übertherapie zu vermeiden und eine Therapie durchzuführen, die an den tatsächlichen individuellen Bedürfnissen der Patientin orientiert ist. Zusammenfassung Überversorgung, also eine unangemessen umfangreiche Therapie, ist ein ernstzunehmendes negatives Phänomen auch auf Intensivstationen im deutschen Gesundheitssystem. Sie kann einerseits Patienten angehören und dem Behandlungsteam schaden und führt andererseits durch Ressourcenverschwendung zum Schaden für die Allgemeinheit. Überversorgung ist einem Konglomerat mehrerer Ursachen geschuldet. Wesentlicher Faktor ist die Verquickung von unbedachter, unangemessener oder fehlerhafter Indikationsstellung mit falschen Vorstellungen und Erwartungen in Bezug auf Nutzen und Risiken intensivmedizinischer Behandlungsmaßnahmen, insbesondere auf Seiten der Patientinnen oder ihrer gesetzlichen Stellvertreter. Auf normativer Ebene sind gesellschafts- und gesundheitspolitische Fehlentwicklungen zu korrigieren, die allerdings auf der Ebene Behandlungsteams kaum zu beeinflussen sind. Umso mehr bleibt es berufsethische ärztliche Verpflichtung, ausgehend von medizinisch sinnvollen möglichen im Behandlungsteam einen angemessenen Behandlungsumfang für jeden Patientin individuell festzulegen, der deren Willen bestmöglich entspricht. Im vorliegenden Positionspapier sind im Akronym TRICK fünf Leitfragen für intensivmedizinische Behandlungsteams zusammengefasst, die dabei helfen können, Überversorgung zu erkennen und zu reduzieren, bestenfalls sogar zu vermeiden. Die dargestellten Argumente und Forderungen haben auch Bestand während außergewöhnlicher Belastung wie der aktuellen Pandemie oder zukünftige Katastrophenfälle. Notfallsituationen setzen Grundregeln für medizinische Entscheidungen nicht außer Kraft. Die Covid-19-Pandemie hat nachdrücklich gezeigt, dass es geboten sein kann, für besondere Situationen eine Notfallreserve bereitzahlen und die dafür notwendige Finanzierung durchgängig zu sichern. Dabei müssen allerdings räumliche, operative, logistische und insbesondere personelle Ressourcen bedacht werden. Zugleich ist darauf zu achten, dass eine solche Art vorgehaltene Reserve nicht eine Angebotsausweitung begünstigt, die wiederum einer Überversorgung Vorschub leisten kann. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation in der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin. Klinik Intensivmedizin Klinik Intensivmedizin Klinik Intensivmedizin Klinik Intensivmedizin Untertitelung des ZDF, 2020